Musik Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Spieltag Gegen Herbie und seinem Team Flexin Kulangner Ja, was kann man zu groß zu seinem Team sagen? Wir gucken es uns nämlich jetzt erst einmal an Und zwar hat er G-Max Dreadnought, Catapultra, Skizzar, Selfer, Amphira, Gencino, Magneton, Siverio, Pelipper, Pampros, Rimsnoll Dessen deutsche Name mir immer noch nicht einfällt Und Quatermark, ja, ein relativ gut ausgeglichenes Rain-Team würde ich jetzt einfach mal sagen Das Einzige, was mich ein bisschen zerstört, ist Amphira Aber Amphira ist, ja gut Amphira ist zumindest gegen mein Team ziemlich belastend Weil ich kann Jirachi einfach hier nicht so wirklich mitnehmen Jirachi ist sowieso schon geschädigt durch Magneton und durch Catapultra Deswegen, ja, es ist schwer hier mit Jirachi zu spielen Ansonsten, ja, ob er, ich weiß nicht, ob er Amphira hier mitnimmt Also Amphira und Gencino, das sind so die, die beiden Kernpunkte, die mich am meisten gestört haben Weil, sind wir ganz ehrlich, Dreadnought im Regen kann ich nicht outspeeden Siverio ist noch outspeedbar Aber, ähm, Catapultra wiederum ist wieder schwer Äh, ja Was soll man dazu sagen? Ich würde aber lieber erst einmal sagen, dass wir zu meinem Team kommen Ne, also ich, ich kann dir nicht wirklich viel zu seinem Team sagen Es ist, es ist halt schwer dagegen zu spielen Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht Und dazu werden wir jetzt kommen Und zwar fangen wir an mit Von Kelda, unserem Meistergriff Und zwar tragen wir das Item Rocky Helm Und sind mit der Ability Guts ausgerüstet Das ist natürlich, um Wenn wir von einem Ich sag jetzt mal Äh, dieses Pivot-Set von Dragapult Oder, beziehungsweise Catapultra Hier mit Hex und bla bla bla, ne Wenn wir davon getroffen werden, aktiviert sich Guts Super Wenn er dann auch noch physisch angreift Rocky Helmet Noch besser Ähm Deswegen, so dieses Set Ähm, dann kommen wir zu seinen Basiswerten Basiswerte Sollten euch mittlerweile ein bisschen bekannter vorkommen 105 HP 140er Angriff 95er Defensive 55er Spezialangriff 65er Spezialdefensive Und 45 In der Geschwindigkeit In der Initiative So Zu meinen EV-Werten Ich habe 148 auf Äh, in die HP reingesteckt Um, ja Ganz gut mit Drain Punch HP zu generieren Und damit wir ein bisschen Amount haben, ne Ähm, dann haben wir 252 in der physischen Defensive Das haben wir natürlich Dementsprechend gemacht Um seine physischen Angreifer Ein bisschen besser abfangen zu können Besonders jetzt Giza Weil so macht Duel Wing Wie definitiv kein One-Hit Äh, äh, Two-Hit Ähm, das ist eigentlich ganz geil Äh, seinen Sibiru können wir damit auch ganz gut abfangen Und sein G-Max-Pokémon Können wir auch gut abfangen damit Deswegen ist dieses Set Hauptsächlich da Ähm, ja Die restlichen 108 In der Initiative Waren da Um, ich glaube Sie Ne, ich glaube Pilipper Pilipper ohne Initiative Zu outspeeden Ich glaube das war das Genau Ähm, ja Dann kommen wir mal direkt zu seinem Set selber Er hat Drain Punch Knock Off Bulk Up Und Earthquake Drain Punch habe ich ja schon angekündigt Eben gerade wegen dem HP-Wert Ähm Ja Gibt eigentlich nicht wirklich viel zu sagen Drain Punch wie gesagt als Haupt-Main-Angriffs-Move Der Recovery gibt Äh, Knock Off für Item wegknallen, ne Am besten auch bei Zumindest bei dem Selfit Am besten Oder für Für sein Katapultor Weil das gerne mal vielleicht Zwischen sein könnten Den Licht eben Lichtlehm von Grimms Neur wegzuhauen Wäre auch geil Ja Und dann haben wir halt wie gesagt Noch Bulk Up Ähm Zum Aufsetzen Und Earthquake Für Tja Ich sag jetzt mal Magneton Ne Äh Ein bisschen als Coverage Ruf noch einmal Dann haben wir Als nächstes Pokémon Unser Damaniton Wir haben die Baller-Brüder dabei Und zwar mit Dem Item Life Orb Und Shear Force Als Ability Natürlich Durch Shear Force Ähm Attacken die Einen Zusatzeffekt haben Wie zum Beispiel Flare Blitz Der 10% Burnen kann Äh Kriegen wir Ein Damage Boost Von 1,3 Und der Life Orb Verstärkt das Ebenfalls noch einmal Aber dank Shear Force Kriegen wir durch den Life Orb Keinen Rückstoßschaden Was schon ganz geil ist Ne Deswegen Wir wollen Hier richtig Damage drücken Mit diesem Set Und darum haben wir Life Orb Mit dabei Zu den Standardwerten Da haben wir Ein relativ ähnliches Bild Zu Meistergriff Nur dass die Defensivwerte Ein bisschen Schlechter sind Und zwar haben wir Auch hier 105 in der HP 140 im Angriff Dafür aber 55 in der Defensive 30 im Spezialangriff 55 in der Speziellen Defensive Und 95 im Speed Wenn man das mal so vergleicht Ist das fast eigentlich umgekehrt Im Gegensatz zu 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 Konkeldor Finde ich schon lustig Gut Ähm Zu den DV-Stats Da brauche ich nicht wirklich viel sagen Full Attack Full Speed Ähm Wir wollen Möglichst vieles outspeeden Ne weil er hat Vieles was Eigentlich so die 95er Base hat Das heißt wir sind Speedtime Mit seinem Selfie Sofern er es Überhaupt speedy spielt Ansonsten sind wir eigentlich Schneller als sein ganzes Team Mit diesem Pokémon Äh Bis halt auf sein Katapult ran Ne Und Wenn dann halt dagegen Draußen Seine dagegen Sets Ähm Aber ansonsten sind wir wie gesagt Schneller Okay Amphira und Chinchino Ne Die sind noch Mit dabei Aber ansonsten Wie gesagt Sind wir wie gesagt Wirklich schneller als alles andere Ähm Ja Zum Set selber Wir haben hier einmal U-Turn Bite Flarebliss Und Earthquake Earthquake wird durch Lifehort leider nur geboostet Wir kriegen dadurch Rückstoßschaden U-Turn ebenfalls Bite ist dafür da Um Ein One-Hit Gegen Katapultra zu richten Und Flarebliss ist halt Unser Main Damage Dealer Unser Main Damage Move So Besser Mehr zu Demandetern gibt es eigentlich gar nicht zu sagen Kommen wir dann doch jetzt mal zu Kapokime Kapokime Mit den Leftovers und den Misty Surge Ist ja eigentlich relativ simpel Ähm Man will ja natürlich Recovery auf dem 4 haben Und dann kommen wir zu den Basiswerten Die sind bei 70 HP 75 Angriff 115er Defensive 95er Spezialangriff 130 im Spezialverteidigung Und 85 im Speed Ähm Ja Kann man eigentlich nicht viel zu sagen Es ist relativ bulky Dann Zu den EVs Hier haben wir einmal 244 Um mit 176 einen Wert zu kriegen Der durch 16 teilbar ist Ohne dass wir Verlust haben Ähm Dann haben wir 40 in der physischen Verteidigung Bisschen was im speziellen Angriff Minimal was in der speziellen Verteidigung Und den Rest im Speed Um halt nicht von Einigen Sachen sonst bietet zu werden Die vielleicht defensiver sonst aufgestellt sind Oh Oh das tut mir leid Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid Ist noch früher am Morgen Ähm Ja genau Ähm Sachen die halt schneller sind Und ne Defensiv Zum Beispiel Scherox Wenn Scherox Full Speed zum Beispiel spielt Könnte es ein Non-Speed Investment Von mir outspeeden Und deswegen wollte ich lieber auf die 156 gehen Damit ich safe eigentlich bin Selbst ein defensives Ne Ein normales Sibirio zu outspeeden Oder? Warte mal Hatte Sibirio so viel Speed? Ich weiß es nicht mehr Auf jeden Fall wollte ich schneller als Pilipper sein Und das Mache ich auch mit diesem Set Ähm Ja Kommen wir zu den Äh Zu dem Set selber Da haben wir einmal Drainicus Stored Power Call of Mind Und Iron Defense Also quasi um Je nachdem Was für Sets der Gegner spielt Darauf vorbereitet zu sein Am bestenfalls sogar beides rausbringen Und sobald wir einen Call of Mind draußen haben Ist auch Amphira eigentlich kein großes Problem mehr Weil Mit plus 2 Ist Stored Power definitiv ein One-Hit Und Auf plus 1 macht er mir schon mit seiner Sludge Bomb Schon kaum noch Schaden Also es sind 30% zwar immer noch Die recoveren wir ganz gut mit Leftovers Ein bisschen gegen Und der zweite Call of Mind Der dann kommt Ja Der Der richtet es dann komplett Äh Da macht er nur noch irgendwie so um die 20% Und das können wir dann irgendwann mit Stored Power Und Drainicus dann mal wieder reinholen Besonders weil Drainicus ja 75% vom Damage Wieder zurück Äh Regeneriert Was schon ganz geil ist Besonders auf plus 2 Äh Tut schon so ein Drainicus ganz doll weh Und kann auch einen Katapultra One-Shotten Äh Was zum Beispiel so ein Moonblast Ohne Invest Also mit Investment natürlich Auch tun würde Aber Ja Ich hab's im Endeffekt jetzt so gespielt Weil Ich wollte ein cooles Set mal machen Mit Kapokime Sah sehr interessant aus Und Ich mein wie gesagt Wenn das Ding aufgesetzt ist Dann verliert er halt gegen Kapokime Ne Und das ist eigentlich das Was ich am ehesten heraus Forcen will Gut Dann haben wir als nächstes Pokémon Libeldra Libeldra ist unser Äh Skafa in dem Fall In diesem Match Mit der Levitate Ist natürlich klar Ist die einzige Fähigkeit Äh Seine Basiswerte Relativ übersichtlich Wieder HP 80 Sowie defensive Spezialangriff und Spezialverteidigung Und Angriff und Initiative Sind auf 100 Zu seinen Wesen und Werten Zu seinen Wesen und Werten Ähm Wir haben einmal Adamant Wesen mit Äh Full Attack Ne Weil mit dem Scarf sind wir Schneller als jedes Pokémon Außerhalb von Scarf und Rain Und Earthquake Earthquake Fire Punch Fire Punch Stone Edge Da haben wir nämlich das nächste Problem Weil wir können keinen Drachenmove spielen Solange wir Kapokime dabei haben Also wir könnten schon spielen Das würde uns aber nichts bringen Das ist halt so ein bisschen das Problem an Flygon Es hat halt nicht so Nicht ganz guten Sachen Aber ich will halt überwiegend Ehemal Earthquake drauf haben Und Das ist mir wichtiger Weil Earthquake ist Vor den Drachenattacken Weil Drachenattacken Die sind meistens eher neutral Helfen mir eher weniger Ich meine Im jeden Fall wird es mir jetzt hier helfen Aber Gut Das jetzt mal beiseite gestellt Ähm Na wir haben wie gesagt Earthquake, Fire Punch und Stone Edge Die Stone Edge ist dafür da Um seinen Pelipper zu töten Fire Punch ist dafür da Um sein Äh Skizzar zu töten U-Turn macht sehr viel Schaden Gegen Sein Äh Gegen sein Self Und Earthquake Ja Nimmt halt den ganzen anderen Rest mit Wie Magneton Ist damit tot Ich meine Sibirius durch den Stone Edge auch tot Ähm Skizzar nimmt viel Amphira ist tot Cinchino Ja okay gut Wird das überleben Weil es nicht sehr effektiv ist Dreadnall Sehr effektiv Äh Magneton Vierfacher effektiv Also ja Ihr seht schon Das war so der Kerngedanke hinter diesem Hinter diesem Set Dass wir Das meiste von ihm Töten können Gegen Katapultra Haben wir wie gesagt Immer noch unser Kapukime Eingeplant Und Ich denke mal Wenn wir Kapukime aufgesetzt bekommen Sollte das eigentlich funktionieren Ähm Dann haben wir als vorletztes Pokémon Girachi Ähm Lustigerweise ja wirklich Girachi mit dabei Ähm Obwohl ich sagte Es passt eigentlich hier nicht so ganz gut rein Und zwar Spielen wir Auch hier die Leftovers drauf Mit seiner Ability Siren Grease Also den Den Edelmut Dann haben wir Ja Seine Werte sind überall 100 Ne Da brauche ich nicht viel zu sagen EV-Stats 140 in der HP Um mit Leftovers Den maximalen Amount zu machen Äh Vierer im Angriff Um Weil Das war übrig Ähm 84 in der Defensive Um ein bisschen da was abfangen zu können Aber hauptsächlich ist es speziell defensiv aufgestellt Und Ein bisschen im Speed Damit wir Äh Ich glaube ein Non-Speed Oder mit Ein bisschen Speed investiertes Äh Self-out-Speeden können Ähm Ich bin mir Gerade ein bisschen unsicher Warum hier 28 Speed drin hat Ich weiß es nicht mehr Das Team ist ein bisschen her jetzt So zwei Wochen oder so Äh Ja Deswegen Ich hab's noch zum Spieltag 1 gebastelt Und Ich muss jetzt irgendwie alles Revue Bisschen Bisschen lassen Egal Kommen wir zum Moveset Und zwar haben wir hier Wish Protect Äh Einfach um unser Team ein bisschen fit zu halten Dann haben wir Iron Head und Thunder Wave Um halt Solche Shenigans zu machen Ne Thunder Wave ist gut auch für sein Katapultra Aber wenn wir Katapultra mit so ein bisschen anchippen Ist das eigentlich ganz geil Stimmt Mit der Thunder Wave Genau jetzt weiß ich auch wieder die 28 Ähm Wenn wir nämlich Katapultra gete-waved haben Brauchen wir 28 HP um Äh Speed Investment Um ihn zu outspeeden Genau so war das Und dann können wir nämlich mit Iron Head die ganze Zeit zu Tode flinschen Weil ein Spex Shadow Ball überleben wir mit diesem Set Wir überleben mit diesem Set ein Spex Shadow Ball Können T-Waven und dann können wir ihn zu Tode flinschen Genau so war das Set aufgebaut Jetzt weiß ich es wieder Siehst du? Ich krieg's ja Gut dann kommen wir doch zum letzten Pokémon Und das ist Toxtricity Ähm Ja Toxtricity ist wieder mit dabei Nachdem es letzten Spieltag nicht so wirklich viel glaube ich machen konnte Ich zeigen konnte was es kann Deswegen hoffe ich dass es heute funktioniert Wir spielen's wieder mal mit dem Choice Spex Punk Rock ist natürlich klar Ähm Werte Äh sind wie folgt HP 75 98 am Angriff Was ganz gut ist eigentlich Defensive 70 114 Spezialangriff 70 an Spezialverteilung Und 75 in der Initiative Ja Ähm Zu den EVs brauch ich eigentlich nicht wirklich viel sagen Es ist Modest Wesen Full Attack Full Speed Ähm Zu den Attacken Komm ich direkt Dann jetzt auch Um dieses Video ein bisschen abzukürzen Und zwar haben wir Overdrive Boom Burst Snow Und Sludge Wave Kurzum Wir treffen damit alles Sehr stark Pampros ist kein Switching für ein Boom Burst Das ist entweder instant tot Oder ein Two Hit Selbst wenn er es komplett speziell defensiv spielt Oder wenn er eine Sword West spielt Mit physisch defensiven Äh Mit physisch defensiven EVs Ist Pampros dennoch ein Two Hit vom Boom Burst Und das ist geil Toxtricity ist einfach so stark Es ist einfach so BAM Baller 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 Ach es ist so schön Ich mag das Team Ich mag das Team wirklich Ähm Ja Das wäre so mein Team gegen ihn Ne Ähm Wie gesagt Ich brauche zu Toxtricity Nicht wirklich viel sagen Es hat einfach nur Balance Norm ist dafür natürlich Da oben auch Ein Katapultor zu One Hitten Äh Lustigerweise funktioniert das Ähm Und wenn nicht Ist ein Spezialangriff Um Eins gesenkt Das heißt Er kann mir auf der speziellen Seite Auch nichts mehr anhaben Ähm Overdrive Äh Overdrive natürlich Als Main Step Move Sludge Wave Ebenfalls als Main Step Move Wobei aber der Overdrive Geboostet wird Im Gegensatz zu Sludge Wave Äh Und Boom Burst Als 100% Plus Ultra Coverage Move Eigentlich ging alles Ne Ich meine Selbst ein Skizzer Äh Nimmt kein Overdrive Und Boom Burst zusammen Oder Boom Burst Allgemein Äh Es tut auch ihm weh Selbst wenn er speziell defensiv ist Kriegt er glaube ich Immer noch 30% Oder so Sagen wir mal so 20% Also auf Dauer ist er eigentlich Kein Switching dafür Ne Also er kriegt auf jeden Fall Sehr sehr viel Schaden dadurch Und das ist halt einfach echt geil Das ist für das Team Macht Spaß Wir müssen uns nur ein bisschen Besser noch mit reinkriegen In die Teams Aber Ich denke mal damit können wir Ein bisschen was machen Ähm Ja Ansonsten Das war mein Team Ne Ich hoffe es hat euch gefallen Äh Wir sehen uns dann im Spieltag Gegen Herbie wieder Mal sehen Wie das dann ausgehen wird Ich verabschiede mich An der Stelle Bis dahin Macht's gut Und bye bye